Guten Tag, eigentlich kann man glauben, in der Welt des Schlagers ist alles immer friedlich und harmonisch, doch leider ist das nicht immer so. Wie Hanse jetzt erzählt, warum er ihn so gar nicht leiden kann. Alles begann vor wenigen Jahren, da wollten die beiden sogar einen gemeinsamen Song machen, doch dann aus dem Nichts sagte Norbert ganz einfach ab, weil er in den Urlaub fliegen wollte mit seiner Frau. Dabei war alles schon ausgemacht und das Studio bezahlt und er hat einfach mich im Regen stehen lassen, so etwas ist nicht schön, sagt Hanse. Eigentlich keine große Sache, wäre da nicht das Problem, dass er auch seinen Fans einmal erzählt hat, die Musik von mir wäre nicht zu ertragen und das obwohl wir uns früher echt gut verstanden haben, sagt er. Die beiden können sich zwar noch ansehen, aber den ersten Schritt muss Norbert machen, ist er sich sicher, weil so etwas geht einfach nicht. Hoffentlich können die beiden ihren Streit bald vergessen.